Hallo Freunde, Willkommen zurück im Schlummerland! Meine Fische brauchen Mineralfutter. Mineralfutter braucht Silage. Silage braucht Gras. Also schauen wir was wir machen können. Wenn jetzt Gras etwas ist, sind Ladewagen. Den haben wir. Und dann müssen wir gucken wie wir hier mähen können. Grünland, Pflege und Mädchen? Wieso Unterschied? Das kenne ich nicht. Ich kann nichts zu sagen. Wir machen es mal ganz einfach. Ich muss ja nur Gras mähen. Schauen wir ob wir das hinkriegen. So wie gesagt, einen Ladewagen haben wir hier. Wir haben schon Stroh eingesammelt. Wieso kannst du den nicht aufnehmen? Weil du Gewicht dran hast. Oh, lustig. Ganz lustig. Gut. Jetzt nimm es mit nach Hause. Ich bin Gewicht nicht gewöhnt. Aber wenn ich noch schwache Trigger habe, brauche ich ein Gewicht vorne dran. Damit die vorne noch was tragen können. Oder umgekehrt. Ausgleichsgewicht. So, jetzt müssen wir nur erst zurück in den Ladewagen holen. Ach, jetzt ist schon ein Hof. Hm, sinkt richtig. Ähm, wir schicken dich jetzt mal nach Hause. Einmal zum Hof. Und ich brauche irgendwas, wo ich Silage herstellen kann. Es wird dauern. Wir müssen Kartoffeln säen, Raps säen. Ich brauche alles für dieses Mineralfutterzeug. Es wird also wirklich dauern. Wir können aber schon mit dem Gras mal anfangen. Das ist Dünger, ne? Das ist hier flüssig. Dünger, Dünger. Da war Silage-Factory. Das ist die ganz einfache. Da steht jetzt Sachen im Weg. Die müssen wir dann noch ändern. Klar. Du bist angekommen. Und da gibt es nichts zu verkaufen. Moment. Nein. Du bist angekommen. Dich können wir aber mal eben nutzen, um Autorafkurs ein bisschen zu verändern. Also, der Abfall ist klar. Dann müssen wir den etwas von der Produktion weg. Und natürlich mal eine Nebenstrecke raus. Gut. Einmal dieses. Dann machen wir dann noch einmal Silage. Nehmen wir noch einen Hof dran. Dann brauchen wir die lange zu suchen. Das ist halt der Hof. Aber wir müssen doch etwas anderes ändern. Weil wir wollen ja nicht alle darüber fahren. Der Rest fährt einfach dran vorbei. Gut. Gut. Ich befürchte, dass ich hier Mist mache gerade. Warum mache ich das nicht aus? Ah, jemand. Das war nicht gut. Ich wollte gerade zeigen, wie führe ich das? Der Drescher im Weg ist der Gelbe. Aber jetzt haben wir erstmal mal Punkte gemacht, die wir nicht brauchen. Gut. Gut. Das hätten wir auch. Du bist angekommen. Das ist auch gut. Wo ist mein Raum nicht? So. Ich werde jetzt mit Sicherheit nichts direkt neben das Haus bauen, weil ich mir in Ruhe schlafen kann. Und jetzt haue ich mir den Ladewagen mal dahinter. Und schauen, ob ich das in einem Arbeitsgang schaffe. Hier brauche ich ja nicht weiter. Ich kann hier rundherum alles ab. Denn das gehört ja mir alles hier. Und dann schauen wir, ob das funktioniert. Ja, er nimmt sie auf. Und so könnte ich theoretisch jetzt die ganze Map einfach mal abnähen. Aber mit der kleinen Ladewagen wäre das zu viel Arbeit. Da werden wir uns irgendwann eine größere kaufen müssen. Oder? Ja. Oder? Ja. Wenn das nicht mehr sieht, kann man fragen. Das sindwerte. Kann man dir das alles mit. Solche. fifteen. Wir schauen. Wir schauen, was. So, dann ist mal eben der Postborder gestört. Aber ja, das funktioniert auch. Keine Angst, ich werde jetzt nicht die ganze Map-Up nähen, die Hilden dürfen, gucken, wie es funktioniert. Dass es funktioniert. Also ein Feld ansäen und düngen wird wahrscheinlich besser sein, denn hier kommt eigentlich nicht viel bei rum. Und wenn der Wagen nicht genau dahinter ist, nimmt das auch nicht auf. Okay. Der Gedanke funktioniert, aber es sind nicht die Mengen, die man braucht. Also in dem Tempo kostet nicht viel. Also, Hinterkopf, wir brauchen ein Feldkartoffeln, ein Feld Raps. Ich habe noch zwei Küche, ich kann eins davon anholen, das sind die Kartoffeln und Raps ist noch nicht dran. Das heißt, auch Mineralfutter können wir erst nächstes Jahr produzieren. Und dann brauchen wir noch einen Graswert, das werden wir noch anlegen müssen. Und da kann ich auch zum Mähen auf jeden Fall einen Helfer laufen lassen. Das ist krass einfahren, das muss ich aber doch sogar selber machen. Aber das hier ist nichts, wie gesagt, nicht mehr. Ich bin jetzt längere Zeit dran, nur. Ich bin nicht mal in der Hälfte von dem kleinen Ladewagen vor. Aber wie gesagt, wir brauchen ja noch Zeit, um vor mindestens ein halbes Jahr, bis ich die Silage auch brauche. Also, die ganze Zeit können wir, wenn die Zeit ist, wenn die Silage zu tun ist, Gras mähen. Achso, den muss ich noch umlegen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, wo der jetzt herfährt. Wahrscheinlich ein Riesenumweg, das brauchen wir nicht. Also drehen wir einmal. Es ist noch nicht der richtige Riech. Also, ich brauche... Kartoffeln. Kartoffel-Technik. Also, dann brauche ich den da. Gut. Da reicht es, wenn ich den miete. Dann brauche ich... Ja gut, hier mit Satcode da unten, weil ich schon mal da unten bin. Das kriege ich nicht gemietet, aber davor muss ich jetzt noch einen Traktor da hinschicken. Und der kriegt jetzt das Gewicht vorne dran, weil der ja die Sämaschine ziehen muss. Na, mach schon. Shop. Eigentlich... Jetzt wieder speichern. Ist das hier oben doch, äh... Sehe ich das nicht? Da ist ein Riesenplatz frei. Oder gehe ich dahinter? Da ist das hier oben. Also ich glaube, ich nehme die Wiese direkt am Hof hier. So, hier mal was gucken, hat der in den Malfarben das drin, dieses erstellen. Die muss ich echt wirklich mit dem Flug selber einfahren, sehe ich das richtig? Also manche haben es hinten noch hinter dran. Nein. Echt nicht. Ja, muss ich doch selber die Felder einfahren. Hallo. Sehe ich nichts. Ach, das ist ein... Heimat der Wahnsinn durchweg. Wie komme ich jetzt an den dran, wenn ich flog? Und den erst... ...drehen? Kann ich den drehen? Nicht drüber fahren. Drehen solltest du den? Kann ich den daneben? Den... Wie ist das? Den Fermenter jetzt so dahingestellt, dass ich gar nicht da dran komme oder wie? Jetzt habe ich den noch schlechter gedreht. Oh mein Gott. Kann ich den heben? Nein. Aber... Ich habe gesagt, ich will nicht ich. Es ist mein Spiel. Also... Sei mir das vergönnt. Ich bin stark. Ich kann auch einen Flug heben. Also den jetzt nicht heben zu können, das ist ein bisschen seltsam. Ich bin nur ein bisschen verschroben. Ja. Und der braucht dann doch noch wieder ein... Gewicht. Gut. Dann hat sich das hier auch etwas erledigt. Sind die schon schwach oder soll das? PS genug haben wir, aber sind zu leicht. Also gehen wir doch erstmal ins Kartoffelsehen. Ist nicht mein Tag heute. Jetzt soll ich erstmal auf bessere, stärkere Traktoren sparen. Du bist jetzt auf der falschen Seite, ne? Ich sehe es gerade. Es ist nicht mein Tag. Gut. Welches ist denn frei? Die 7 Uhr die 8 Uhr. Ich weiß egal, ich nehme dann mal die 8 Uhr. Aber der ist jetzt beschäftigt und ich komme nicht weiter. Kaufe uns noch ein Gewicht. Nein. Jung. So. ... ... ... Ich muss doch erst das Gewicht abholen am Shop. Vorher kannst du nichts machen, weil es ist ärgerlich, wenn der jetzt einer am Kartoffelsehen ist und ich kann nichts anderes tun, dann könnte ich das Filtern legen in der Zeit. Also, so eine große Karte ist schön, es ist toll, es ist wirklich klasse gemacht, viel Neues zu entdecken, aber die Fakten sind nun weit. Ich kann mal gucken, ob der, die ist noch nicht da. Da ist er. Wir nehmen das, genau das letzte Feld. Können wir hier mal übernehmen, das heißt ich tue gar nichts. Ich habe das letzte Feld, die 8, genommen, weil das ein Feld ist, was recht gerade ist. Bekomme ich dann auch wahrscheinlich besser und einfacher mit Helfer hinterher abgeerntet. Das ist jetzt die Frage, habe ich eine Walze? Ich habe eine Walze. Ich arbeite auf drei Maps und dann will man doch schon wissen, was man hat. Ich sehe da keine Walze. Doch, dazwischen. Dazwischen ist die Walze. Dazwischen ist die Walze. Da steht, ich habe eine Walze. Möller ist die Walze. Die steht da unten, die Walze. Ja, da steht sie gut. Dann brauche ich dich im Moment, ihr Geil. Dann kannst du auch hier stehen bleiben. Es soll nicht sein, wie es sein soll. Aber es ist nicht so. Schlimm. Das ist ja nach Geräten. So, dann holen wir uns jetzt das Gewicht, fahren zurück und holen uns den Flug und dann schauen wir mal, dass wir das Grasfeld angesägt kriegen. Angesägt. Angesäte. Nein. Angesä... Pflügt. Dann säen kann ich erst, wenn es gepflügt ist. Es passt wenigstens. Also. Wieder zurück. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwo noch was verkaufen können. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da noch groß was produziert wird. Weil ich ja eigentlich kein Material mehr habe. Ja. Da ist nichts mehr und... Da kann nichts produziert werden, weil ich kein Mineralfutter habe. So lange müssen wir warten. Ich kann Mais nachlegen, aber das bringt nichts. Ohne Mineralfutter wird da nichts produziert. So, der... Pflügt hier schön, das ist gut. Da passen auch noch ein, zwei, drei Felder rundherum nach und nach. Das heißt, wir haben Kartoffeln. Das nächste ist dann hier rechts Raps. Geht aber erst Mitte des Jahres, oder? Hat das richtig gesehen? Ja, Raps ist da und Raps ist erst im August. Das bringt also jetzt noch nichts. Und du brauchst noch ein bisschen. Na, also. So sieht das als nächstes aus. Ich brauch eben das Mineralfutter. Ich brauch also Kartoffeln. Und Raps dafür. Also das hier. Gras, Kartoffeln, Raps. Silage. Silage, bräuch ich Gras für. Funktioniert. Das Gras ist das Heu. 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 Kann ich aber noch mit der Silage auch machen, ne? Heu. Ja, ich kann auch Heu machen, das ist gut. Also muss da genug rein. Dann kriege ich Heu und Silage raus. Das sieht gut aus. Und dann muss ich schauen, dass ich... Dass ich die Getreidefelder abernte. Und ich hab ja gesagt, ich möchte ja Bier machen. Also dafür brauch ich die Gerste. Und die zwei Felder Reizen kommen ins Brot. Also ist es genug zu tun. Genug Arbeit vor uns. Ich meine, das sind Sachen, die kann man dann auch machen. Im Winter. Ergubilien der Graswerke ja auch nicht so gut. Aber die ganzen Produktionen kümmern. So, hier sind wir. Er will nicht umschalten. Er will nicht umschalten. So, einmal drehen. Und gucken mal, dass wir hier dran vorbeikommen. Gut, Steuerung Z. Für Felderstellung. Und jetzt geht's natürlich bergauf. Und hier kann ich genug machen, bis zum Hof drüben. Die ganze Ecke kann ich hier als Gras lang machen. Da hab ich jetzt genug mehr zu tun. Ich will euch nicht langweilen. Ich will nur fürs Zuschauen lassen. Und Däumchen da. Bleibt gesund. Mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.